Guten Morgen, liebe Mähnchen. Ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag heute. Wir werden gleich mal schauen, ob wir dir noch ein Geburtstagstellerchen bringen. Es tut uns leid, aber dein menschliches Personal hat im Moment wegen Corona doch leichte Schwierigkeiten, das alles optimal für dich zu gestalten. Aber ich kann dir nur sagen, gestern Abend, wie ich die Post aufgemacht hatte, war da ein Umschlag drin mit einigen Euro-Scheinen und dafür sollen wir dir was kaufen. Nun schauen wir mal, ob wir das heute noch hinkriegen. Ich wollte dich ja letzte Woche schon heiraten, aber da bist du hier einfach weggelaufen. Bis dann erstmal. Wir schauen mal, was wir noch für dich heute tun können. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.